Wir sind die Equestria Girls! Die Stadt ist unsere Auster! Hilfe! Er entkommt mit meinem Schmuck! Es gibt noch Wichtigeres als Windcake! Gerechtigkeit! Da lang! Er ist da! Oh, ähm, Verzeihung, aber, ähm, können wir bitte den Schmuck zurückhaben? Du musst ihr keinen Schmuck schenken, um sie zu beeindrucken! Tut mir so leid! Aber jetzt hast du viel Zeit, darüber nachzudenken! Im Gefängnis! Äußerst, wie ich es mir erträumt habe! Im Gefängnis